Hallo, ich bin der Gamewob und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Link to the Past Teil 12 und wir sind immer noch hier im Schatten Tempel, Dunkeltempel, jetzt haben wir aber den Hammer und können drauf holen. Sehr schön, dann schauen wir doch mal. Es ist immer noch sehr spät, ich nehme es wirklich genau nach dem letzten Teil auf. So, da ich die Konsole jetzt nicht über Nacht laufen lassen möchte. So, da ich die Konsole jetzt auf dem Weg bin. So, da ich die Konsole jetzt nicht mehr so viele. So, das ist ein Konsole. So, das ist ein Konsole. So, das ist ein Konsole. So, da ich die Konsole. Super Timing! Schauen wir mal, jetzt sehe ich vielleicht was. Nein, das tue ich nicht. Okay. Ich sehe eigentlich nur ein Teleportal. Ernsthaft? Ich bin hier. Toll. Fängt gut an. Oh ... Oh ... Oh ... Oh ... Ah ich musste es heim ... Der Dinger muss weichen ab. Der Dinger muss weichen ab. Der Dinger muss weichen ab. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hey, aufs erste Mal. Ob ich danke dir, doch dich und dich, den grausam uns zu nennen, drinnen. Einst war dies das Goldene Land, wo sich das Trifor aus die Goldene Macht befand. Doch als Ganon, der Anführer der Diebe, sich diese Macht zu eigen machte, verwandte sich das Goldene Land in die Schattenwelt und will Hyrule erobern. Mit unseren Kräften hat er das Tor nach Hyrule gebrochen, doch das Tor ist noch nicht ganz auf. Wir haben noch eine Chance. Bis die Mädchen alles am Nachfahren der Weisen können gemeinsam den Zutritt zu Ganons Versteck öffnen. Ich sage dir nun, wo die anderen Mädchen festgehalten werden. Mit dir wird es uns gelingen, Ganon zu bezwingen, dann kann ich wieder ich selbst sein. Hast du alles verstanden? Jo. Möge der Weg des Helden zum Cryforce führen. Ah ja, ich sehe etwas. Genau. Ich glaube, das ist der einzige Dungeon, der wirklich recycelt wurde. So auf die Wüsten Dungeon. Schauen wir mal. Ich kann mich ja jetzt auf dem Oberwind besser bewegen. Ich kann mich ja jetzt auf dem Oberwind besser bewegen. Ach, ich kann mich an gewissen Orten ja nie reißen. Das stimmt, ja. Das habe ich ja ganz vergessen. So was. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Tja, schauen wir mal, ich bin Zeit um zu kämpfen, ich muss mich ganz auf dich verlassen. Ich habe eine Ablustriebe, die das nachbauen hat. Ich sage das, wenn ich dich nicht verlet bin, ich bin ich für dich, bin ich auf die 감le, jetzt das Nacht und ich bin kurz fertig fertig... ... also bin ich… ... also bin ich hier drin, ich bin nicht soestarver ins Gelast. ... auch wenn du dich nicht ökend hast, ich bin nicht so sicher, dass ich nicht so lustre. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, müssen wir mal schauen, wie das ist, wenn ich in der Schattenwelt speichere, wo ich dann rauskomme. Ich habe ihn schon mal schauen, wie das hier ist, wenn ich nicht. Aber ich habe ihn schon mal. Ich habe ihn nicht gesehen, wie das hier ist. Ich habe ihn nicht gesehen, wie das hier ist. Das war's für heute. Das Wasser sieht so gesund aus. Oh, wassit? Oh, wassit? Ok, da gibt es nichts. Ich glaube, ich laufe. Also, ich glaube, ich glaube, es ist nichts. Ich glaube, es ist ein Einzelvermacher. Ich glaube, ich glaube, ich bin der Auflösst. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wusste noch, dass es da was gibt. Oh, ich werde das mal speichern, weil das habe ich jetzt länger nicht gemacht. Ich will auch wissen, was er dann macht. Nette Aufstufung. Ich möchte hier starten und gucken. Arschbeite nicht den Ort. Okay, gut zu wissen. Ich werde das noch nicht mit dem Blumen zurückgehalten. Ich kann das nicht mit dem Blumen kennenlernen. Jetzt kommt der Ball in die Karte. Ich werde das nicht mit dem Blumen wegschrauben. Oh, das war das? Ich habe mir gedacht, dass ich das nicht mit dem Blumen zurückgehalten habe, dass ich. Es ist eine Verstehung. Wof. Drei Mal. Das war's für heute. 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 Schauen wir doch mal, was hier ist. Ah, haben wir schon geräumt. Ich bin so schnell, was hier ist. Ich bin so schnell, was hier ist. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020